Aua! Aua! Geiler Start! Danke und herzlich willkommen zurück zu Minecraft. Hallo, hallo! Ich war ja in den letzten paar Folgen nicht dabei. Ich muss jetzt erstmal gucken, was hier abgeht. Hier steht was Neues. So einen Titel machen. Das sieht nach Küche aus. Nein, Spaß. Nach einem Lager. Neue S-Klasse. Das kam von Kai. Ja, Alter. Garten Zeugs. Ja, wir haben hier nur so ein bisschen... Also in der neuen S-Klasse wird jetzt das ganze Essen verstaut. Ja. Der Besitzer wird sich freuen. Immer noch. Wertvolles habe ich auch noch. Alles mit Stein. Was haben wir vor heute? Ähm, das ist eine sehr gute Frage. Wir können nicht in die Hölle gehen. Da ich nicht so viel Ahnung habe, was ihr letztes Mal so alles gemacht habt. Würde ich einfach vorschlagen. Schlagt was vor. Wie ich gesagt habe, wir können entweder in die Hölle gehen. Oder ähm, lustig weiter mit den kühnen Farmen. Denn wir brauchen etliches noch an Leder. Für ähm, naja, einen voll ausgebauten Verzauberungstisch. Hm. Noch kleine Vorschläge für Gebäude, die wir uns hier oben noch hinbauen könnten. Genau so was auch. Meinst du die Kommentare oder was? Wenn die Leute einen Vorschlag haben, wenn man ja damit macht. Weil das ist ja schon relativ früh aufgenommen. Muss man immer sagen. Puh, ja. Creepy Creeper. Ob's gehört. Ja, wir werden gerade noch ein paar Stressmomente mit Minecraft. Nehmen wir Stressmomente. Ja, die Server war sehr zuverlässig nicht. Hier als Facebook WhatsApp gekauft hatte. War auf einmal alles down. Es wurde einem auch nicht gesagt, warum. Angeblich irgendwie ein interner Lade-Error. Gedöns. Oh shoot. Bin gerade so ein bisschen am Kämpfen. Ihr könnt euch überlegen, was wir machen wollen. Also ich hätte nichts dagegen wären, wenn wir ein Höllentor bauen. Nur vielleicht nicht so ganz nah am Haus. Weil ich dieses ständige Gedudel da nicht im Kopf haben kann. Genau das. Und wir müssten auf jeden Fall noch ein bisschen essen. Also ein bisschen Hühnerfeuer schlachten, glaube ich. Ich habe überhaupt nichts zu essen, deswegen. Was war das denn jetzt? Ich bin runtergefallen, Alter. Ich habe noch ein Herz. Das ist nicht gut. What? Und ich habe nichts zu essen. Wir haben gleich noch irgendwas von Schafen. Von Schafen in der Kiste. Branden-Sommelfleisch. Hol mir mal was. Aber ich muss erst mal wieder nach oben laufen. Kannst du dir selber was holen. Laute Treppe. Ich stehe ein Dienstmädchen. Hey, ich bin doch auf dem Weg nach oben. Kein Stress hier. Pff, ich doch nicht. Hm. Hühnchen. Sugarcanes. Ähm. Da. Da machen wir mal ein bisschen Essen. Hier noch ein paar Bücher direkt. Da wird es auch schon wieder hell. Ähm. Ist das nicht schön? Das Lagerdings finde ich so eigentlich nicht geil so offen. Aber, äh, ich glaube... Ohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohoho ich werde deine Eier verteilt ich verteile meine Eier überall ein Kuchen wo baust du denn das Portal hin? weg, weit, weit weg noch nirgends so dass du es von diesem Tor hier sehen kannst das wäre cool also da so oben beim Enchantment Table ist eine Kiste mit Lapps und Büchern also verzaubert und das ist schon ein verzaubertes Buch drin ich mach mal eben den Amboss und alle Bücher die wir dann nachher nicht mehr brauchen also sobald der Bücherschrank da fertig ist die tue wir dann da rein ja und vielleicht auch jetzt dann die Diamanten verwenden wenn wir die so weit hochläfeln können also mit 30 ja würde ich machen ja ich habe jetzt auf mein Schwert schon gerade was gemacht weil es gerade da angezeigt wurde und meine Spitzhacke ist auch schon verzaubert ich meine wir finden sowieso genug Diamanten ähm Ali lauf mal eben da rüber wo? auf die andere Seeseite wo ist denn Dreck? also da hinten denn ja genau warum? weil ich dann Ali eben von hier einweisen kann wo genau wir das Portal hinbauen damit man das von hier sehen kann bisschen weiter nach rechts ah weiter raus weiter 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 ja genau und stopp ja da hier hin da ist super ja genau da so zu dir guckend oder ja ne ja am besten dass man es dass man von hier auch das Feuer hätte ich mal gesagt sieht haben wir denn schon Feuerzeug? genau sonst würde ich nämlich mal eben eins machen äh wo haben wir denn? haben wir kein Flint? doch doch man nur noch wissen wie das angeordnet war nebeneinander achso wir sind überall Diagonal nämlich bisschen kacke ein Moment da macht er Lärm ich hoffe dass auch mein Internet jetzt stabil bleibt so jetzt machen wir dann noch was schön oh schick aber ich habe kein Essen mit also ich muss auf jeden Fall nochmal zurück ich habe sieben Hammelbeine aber ich habe gar nichts das ist schon ein bisschen blöd und ich habe einen Stack direkt mit obwohl das gar nicht so schlecht in der Hölle war ich wollte sagen das ist doch eigentlich ganz gut hatten wir noch mehr Flint? ja da ist noch mehr cool ich hole noch eben äh ja wir gehen einfach schon mal rein ja ihr könnt ja schon mal gucken aber ich sehe wann ihr sterbt ne steht rechts und da kommt ein Gas und wir sind alle tot das ist immer so am besten nicht zu hektisch aus dem Portal bewegen oh Lava sagte ich ja da ist Flint da sind Federn perfekt da ist noch ein paar Stickys also ich höre zumindest Gas die ganze Zeit aber du siehst keine ist manchmal besser manchmal nicht so ich sehe gar nichts das ist meistens so gar nicht so gut also wir haben überhaupt keine Mops ich finde es witzig dass in diesem Capture Pack der Boden animiert ist ja genau der wackelt so komisch ne der hat mir gerade erst ein bisschen Angst gemacht das sind übrigens keine Texture Packs mehr das sind Resource Packs deswegen bewegt sich ja der Boden wenn man mehr damit machen kann genau wie man sich jetzt seinen Skin auch noch erweitern kann nämlich mit so Klamotten mit Hüten und man kann sozusagen ne zweite Schicht Skin drauflegen heilige Scheiß ey oh da ist ein Lava Slime da ist ne Festung die habt ihr schon gesehen ne was wo wer wo was direkt beim Portal da ach da stimmt da drüben ne die hab ich gerade nicht so gesehen weil äh irgendwie ist meine Sichtweite in der Hölle deutlich geringer eingestellt nur gucken wie wir da hinkommen am besten erstmal darüber dem Lava Slime oder und dann runter oder hier rechts beim Lavasee da unten geht es auch da kann man auch laufen ja lass uns mal über den Lava hier erstmal rüber okay Moment ähm minus 104 81 minus 108 bin mal so frei ich auch solange er uns nicht angreift sobald wir hier in dieser Lava so lustig stehen ich habe keine Erde mehr nur noch einen einzelnen ist das nicht so schlimm wie willst du denn hin über die Lava ja er ist ein Stück nach rechts erstmal von der Lava weg boah Ali ey wenn der tue ich mich durch ich bin mega erschrocken müssen die hier irgendwie ab mucksen die läuft gerade aber in ihrer schönen Lava Geschwindigkeit obwohl sie das ja schon verbessert haben immer schön Quarz mitnehmen denn es gibt Erfahrungspunkte und sieht gar nicht so scheiße aus super wie kommen wir jetzt weiter hast du noch was zum bauen ich hoffe das läuft hier nicht rüber so ich wollte gerade mal ein bisschen Baustoff mach das ja toll jetzt ist meine Spitzhacke kaputt auch besser ich glaube ich habe noch eine dabei exakt äh ich glaube nämlich nicht dass wir es bis darüber schaffen hier gefahrlos runter also ich habe hier eine Treppe gebaut passt ja passt wow hier ist volles Loch im Boden deswegen auch fast die Treppe ich hasse das ich weiß dass man nicht runterfallen kann wenn man Schiff drückt ne aber ist ja das bringt jetzt nicht so also viel doch das bringt einiges da musst du nämlich nicht immer hast du nichts mehr zum bauen ich habe nichts mehr zum bauen ne dann brauche ich jetzt mal ah nicht Schiff loslassen nicht Schiff loslassen nicht Schiff loslassen eigentlich muss man das nicht dauernd durchgehend drücken dann kommt nämlich feststellt das zu aktivieren kannst du ausstellen ich weiß das ist das erste was ich immer mache das und diese blöden Sicherheitswarnungen wenn ich irgendwelche Programme installieren will natürlich bin ich mir sicher wenn ich ein Programm installieren will das ist das Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020